Ohnein Moinsen zu meinen Bundesliga-Tipps von, ja, tatsächlich schon letzten Spieltag. Also man kann es hier auch so titeln, so geht die Bundesliga aus oder zu Ende oder wie auch immer. Ein Spieltag noch, alle parallel, das ist der einzige Spieltag in der Saison, der letzte Spieltag, wo alle Partien gleichzeitig laufen. Wie immer hier der Blick vor allem auf die Abstiegskampf-Duelle. Hier habe ich mal auch wieder Augsburg rausgelassen, auch wenn die noch in verrückten Szenarien irgendwie runterrutschen könnten. Aber ich habe mich hier auf Schalke, Bochum, Stuttgart fokussiert. Schauen wir da ein bisschen in den Bilanzen und so Geschichten rein. Und am Ende natürlich nochmal der gesamte Blick auf den Spieltag, meine Tipps und dann wie die Abschlusstabelle aussehen würde. Und dann fangen wir an mit RB Leipzig gegen Schalke 04. Da muss man sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, Leipzig, ja, aktuell auf Platz 3, kommen aus dem Sieg gegen die Bayern. Da kann man vielleicht ein bisschen sagen, Bayern-Fluch. Wir haben es bei Mainz erst gesehen, Bayern geschlagen und danach lief es ein paar Wochen lang jetzt erstmal nicht mehr. Leipzig hat es noch Schalke in der Bundesliga natürlich und dann nächste Woche das Pokalfinale schon. Also vielleicht ist da aber auch ein bisschen Schongang angesagt. Oder eben im anderen Sinne, die gehen nochmal weiter in Vollgas, weil du eben einfach auf dem Level bleiben musst. Leipzig, ja, Hinrundentabelle Dritter, Rückrundentabelle Dritter, ja, und auch tatsächlich in Heim und Auswärts auch jeweils Dritter. Also die Spielen genau diese Saison, wo es auch gerade stehen. Für Schalke natürlich das Spiel sehr viel wichtiger als für Leipzig, weil Leipzig auch schon durch. Leipzig auch schon Champions League sicher. Schalker, auch das wäre ich so, glaube ich, ein Mutmacher für die Schalker. Eben im Sinne von, ja, für die geht es mehr oder minder um nichts mehr in dieser Liga. Schalker wird da auch wahrscheinlich mit extrem, extrem vielen Auswärtsfans hinreisen. Das ist immer wieder geil anzusehen, was Schalke da abfeuert. Also natürlich nicht nur Schalke, aber immer wieder auch vor allem Schalke auf Platz 17 31 Punkte. Das heißt, Schalke muss in jedem Fall auf jeden Fall punkten, um irgendwie noch eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Eben, ein Punkt könnte reichen, solange Bochum verliert. Und da ist ja wirklich auch die kranke Situation, dass du bei Schalke bei minus 34 Toren bist und bei Bochum minus 35. Wahrscheinlich könnte es echt dann mehr oder minder genau aufs Gleiche rauslaufen. Oder Bochum müsste, glaube ich, noch mit einem Tor mehr verlieren und so Geschichten, damit es eben vom Toreverhältnis passt. Weil wenn sie beide bei minus 34 stehen würden, würde es ja bedeuten, dass es da, glaube ich, um die Anzahl der geschossenen Tore geht zuerst. Und dann ist Bochum noch vorne, also müsste Schalke auch hoffen, dass Bochum dann, wenn ich gerade richtig rechne, sonst korrigiert mich gerne in den Kommentaren, dass Bochum irgendwie mit zwei Toren Abstand verliert. Aber auf jeden Fall sehr, sehr enge Geschichte, was da abgeht. Schalke ja generell, spielen wirklich eine sehr, sehr stabile Rückrunde. Also kann man echt nicht anders sagen. Rückrundentabelle. Hier richtiger Tab, Platz 8. Das ist brutal, Platz 8. Also sie machen da einen riesen Job. Oder vor allem seit Reister ist, machen sie einen riesen Job. Und ich glaube, die meisten Schalke-Fans sind auch happy, dass sie überhaupt noch in der Lage sind, dass es noch um was geht am letzten Spieltag. Ganz einfach gesagt, Unschied gegen Frankfurt war natürlich so gesehen zu wenig in der aktuellen Lage. Sonst muss man sagen, gut, Frankfurt, Unschied, an für sich okay für Schalke im Tabellenkeller. Aber in der Lage war es eben zu wenig. Schauen wir mal auf die Bilanz von Schalke in Leipzig. Das ist ja die Partie Leipzig-Schalke. Wir haben ein 4 zu 0, dann sogar ein 3 zu 1 Sieg für Schalke 2019. Davor ein 0 zu 0, ein 3 zu 1 für Leipzig und ein 2 zu 1 für Leipzig. Also schon leichtes Plus hier auf jeden Fall auf Leipziger Seite. Und auch so, wenn man mal rausnimmt, dass es um nichts mehr geht und eben rausnimmt, wie viele Schalker-Fans da anreißen werden und so weiter. Und dass es viel wichtiger ist für Schalke, auf dem Papier werden auch die meisten Schalker zustimmen. Ist Leipzig einfach besser? Selbst wenn die das im Halbschlaf machen, übertrieben gesagt, oder nicht mit der Ernsthaftigkeit rangehen, wie in München zum Beispiel. Ist auch da normalerweise Leipzig spielerisch besser als Schalke. Also rein statistisch, wie gesagt, Tipps nachher ist was anderes. Das ist dann die Tipps, die ich abgeben will. Aber rein statistisch ist das ein Leipzig-Sieg. Kommen wir zu Bochum gegen Leverkusen. Leverkusen, auch hier kurz tabellare Situationen. Leverkusen geht es noch um was. Das ist auch eine andere Geschichte als bei Leipzig. Aktuell auf Platz 6 Leverkusen, also Europa League. Beziehungsweise wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, dann ist, glaube ich, Platz 6 auch nur Conference League. Auch da gerne mich korrigieren, falls ich da falsch liege. Und auf Platz 7 Wolfsburg mit 49 Punkten. Und selbst Frankfurt, gut, das ist ein bisschen unrealistisch, aber selbst die noch mit 47 Punkten irgendwo in Reichweite. Das heißt, die haben einen Platz zu verteidigen. Verteidigen, gerade weil Wolfsburg auch zu Hause gegen die Hertha spielt, die ja schon abgestiegen sind. Die alte Dame. Und da kann man zumindest mal von einem Sieg ausgehen von Wolfsburg, denke ich mal. Außer, dass wir diesen Effekt von, ja, totgesagte Leben länger, wie auch immer. Oder gerade da dann irgendwie der Klassiker von ausgerechnet, da gewinnt dann Berlin noch auf einmal. Aber Leverkusen wird da schon was machen müssen in Bochum. Die auf 16, Relegation gerade, punktgleich mit uns, mit unserem VfB. Aber eben minus 35 Tore, Torverhältnis, wir minus 12. Das heißt auch Bochum, wenn sie direkt drin bleiben wollen, müssen punkten. Und haben noch die Gefahr, dass sie eben auf Platz 17 abrutschen könnten, wenn eben Schalke doch was reißt. In Leipzig schauen wir mal auf die Bilanz der beiden Klubs. Hier natürlich dann mit Heimrecht für den VfL Bochum. Auch ein paar mehr Spiele hier diesmal als das Duell von Leipzig gegen Schalke natürlich. 0-0, 1-1, 2-3 Leverkusen, 2-0 Bochum, 1-3. Das sind wir auch halt wieder im Bereich von 2006, 2004, also Ewigkeiten her. Das letzte Heimspiel von Bochum gegen Leverkusen macht man es so, 2-22 war ein 0-0 und davor 1-1 2010. 2-2, 1-0 Bochum, 2-1 Bochum, 3-2 Leverkusen, 3-2 Bochum, 5-1 Leverkusen. Da sind wir auch schon wieder noch weiter weg als die 2000er, da sind wir schon 1990ern. Aber das liest sich gar nicht mal so komplett scheiße für Bochum, die Statistik. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Leverkusen natürlich auch eigentlich wirklich stark, Fünfter in der Rückrundentabelle. Unter Alonso läuft das echt, echt ordentlich. Und ja, jetzt hat trotzdem irgendwie gerade eine komische Phase. Bei uns ein Unschied nur geholt, gegen Rom rausgeflogen, Gladbach noch ein Unschied geholt, obwohl sie da eigentlich recht komfortabel geführt haben. Leichte Einbruchgefahr gerade irgendwie bei den Leverkusenern. Bochum kam aus einer wirklich schlechten Phase, muss man sagen. Also die Abwechslung hier wieder von Unschieden, Nierlage, Unschieden, Nierlage. Dann dieser Sieg gegen Augsburg zu Hause, der wichtige mit 3-2 knapp. Und dann eben Last Minute noch der Punkt in Berlin. Deswegen auch da schwer einzuschätzen. Natürlich wird da auch die Hütte dermaßen brennen. Also das ist nicht schwer einzuschätzen, das ist gegeben dann. Aber da andere Ausgangslage als bei Schalke. Eben in dem Sinne vor allem auch, dass eben für Leverkusen auch noch um was geht. Aber eben andererseits, wenn Bochum was kann, dann sind es Heimspiele. Das haben sie. Schalke ja, wie gesagt, auswärts in Leipzig. Wir als VfB, muss man auch mit reinnehmen, kommen ja gleich zu uns dann, haben auch schon Leverkusen zu Hause in 1-1 abtrotzen können. Also hier ist durchaus, auch wenn man statistisch hier reinguckt, also einige Unschieden, irgendwie wechselt es sich dann ab. Mal Bochum-Sieg, mal Leverkusen-Sieg. Auch rein statistisch gesehen wird hier, glaube ich, nicht groß wundern, wenn Bochum da punkt. Also statistisch gehe ich hier mal ganz, ganz so alles mit einbezogen tatsächlich auf den Unschieden. Dann kommen wir zum VfB. VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim. Hier natürlich wieder einen Tacken kürzer, weil natürlich gestern im Vorbericht schon viel dazu gesprochen. Wir wissen ja auch die Bilanz zum Beispiel zu Hause gegen Hoffenheim. Letzte fünf Spiele, vier Siege und ein Unschied. Also letzte fünf Heimspiele gegen Hoffenheim. Statistik da echt sehr, sehr ordentlich. Auch hier, Tabelle müssen wir mal gucken. Hoffenheim ist gerettet mit 35 Punkten. Wir könnten sogar noch an denen vorbeiziehen. Müssen aber auch recht hoch gewinnen dann. Haben wir natürlich auch. Habt ihr auch alle Szenarien genannt im Vorbericht. Gerne abchecken, falls ihr nicht getan habt. Wir können auch noch absteigen. Die Euphorie ist aktuell da und die Hoffnung ist da. Und auch berechtigt, dass wir das Spiel gegen Hoffenheim zu Hause gewinnen und zumindest so gestalten, dass wir direkt drinbleiben. Aber ey, lass Bochum und Schalke was reißen. Auf einmal bist du doch auf 17. Also auch da ist Gefahr geboten. Aber wie gesagt, statistisch spricht schon sehr, sehr gut für uns. Für Hoffenheim geht es eigentlich auch um nichts mehr. Haben Klassner halt schon sicher gemacht. Letzten Spieltag, wie gesagt, mit dem doch auch irgendwo überraschenden Sieg gegen Union zu Hause. Heimstärke ist durchaus auch irgendwo da, wenn man es so nennen will bei uns. Auch hier Rückrundtabelle Platz 12. Das ist nicht die Riesenaussage wie jetzt bei Schalke zum Beispiel. Aber natürlich auch weit weg eigentlich als Abstiegsränge Platz 12. Aber eben, was ich auch gesagt habe, Hoeneß-Tabelle. Seitdem Sebastian Hoeneß da ist, sind wir in der Bundesliga auf Platz 5. Also da spricht schon einiges, finde ich, auch statistisch. Natürlich habe ich in gewisser Weise die Fanbrille auf. Aber ob man mit Bilanz mal hier schaut, wie gesagt, letzte 5 Heimspiele, 4 Heimsiege und 1 Unschieden. Ich glaube, da kann man hier auch statistisch durchaus sagen, dass das hier einen Heimsieg für den VfB hergibt. Und dann tippe ich hier, wie immer, mehr oder minder ganz spontan einfach im Tabellenrechner hier durch. Natürlich auch alle Spiele diesmal. Und eben, wie gesagt, so wie ich es im Bauch habe, aber auch irgendwo teilweise, wie ich es mir auch wünschen würde, natürlich. Dortmund-Mainz. Und Mainz läuft gerade nicht unbedingt so gut. Also ich kann hier, glaube ich, keinen Bayern-Fans groß irgendwie Hoffnung machen. Ich glaube, Dortmund macht das zu Hause locker, wie sie es auch zuletzt getan haben. Immer wieder gegen Gladbach, gegen Wolfsburg. Das wird ein 3 zu 0 für Dortmund. Fertig aus. Leipzig-Schalke. Und da kommt jetzt mein erster, in Anführungszeichen, Hoffnungstipp. Nämlich ein Unentschieden. Unentschieden. Leipzig-Schalke Unentschieden. Ein 1 zu 1 haben wir hier. Und dann haben wir Union gegen Bremen. Union geht auch noch um die Champions League mit Freiburg im Fernduell. Wenn ich mir Freiburg eher wünschen würde als Union, aber ich sehe es nicht, warum Union es nicht zu Hause packen sollte. 2 zu 1. Dann Köln-Bayern. Auch wenn es egal wäre, weil Dortmund sein Spiel in meinem Kopf eh gewinnt. Ich glaube, Köln macht den Bayern da echt nochmal die Hölle heiß. Ich glaube, die machen da richtig, richtig Volldampf. Baumgart stellt das Team geil ein. Die Mannschaft ist eh nochmal heiß. Hector Abschied. Ich glaube, die haben ja auch eine Fan von Schraft. Dortmund und Köln. Das wird auch da Vollgas geboten sein. Ich sage ganz ehrlich, auch hier 1 zu 1. Die Bayern gewinnen nicht in Köln. Irgendwie in meinem Bauchgefühl. Gladbach-Augsburg. Ziemlich das uninteressanteste Spiel des Spieltags. Wir haben halt ein 1 zu 0 für Gladbach. Frankfurt gegen Freiburg. Auch da, wie gesagt, Freiburg geht noch im Champions League. Aber durch den Union-Sieg wäre auch da mehr oder minder das Thema vorbei. Außer Gewinn ist sehr, sehr hoch in Frankfurt. Was ich nicht glaube. 1 zu 1 unentschieden. Wolfsburg gegen Hertha. Wahrscheinlich somit das untippbarste Spiel von dem Spieltag. Weil du nicht weißt, was du jetzt von Hertha geboten bekommst. Die komplette Aufgabe. Haben sie gar keinen Bock mehr. Oder jetzt kommt doch dieser, wie vorhin angesprochen, überraschende Sieg dann in Wolfsburg. Ich tippe draußen auf den Wolfsburg-Sieg. 2 zu 0 Wolfsburg. Jetzt hier überhaupt nichts gegen Bochum. Auch geiler Klub. Fühle ich. Geile Fans, geile Stimmung. Auch tausendmal lieber drin als so Klubs wie Hoffenheim und so. Ist ja auch ganz klar. Aber wie ich oben schon gesagt habe, Hoffnungstipp bei 1 zu 1 Leipzig. Schalke ist nämlich, weil ich Schalke dann so gesehen nicht gegen Bochum, sondern für Schalke tippen möchte. Und möchte der Schalke in der Bundesliga, oder zumindest die Chance hat, in der Bundesliga zu bleiben. Und damit müsste Leverkusen gewinnen in Bochum. Was sie tun mit 2 zu 1. So 1 zu 2 Bochum-Leverkusen. Was dann eben Schalke auf Platz 16 hieven würde. Und bei uns zu Hause habe ich schon auch so getippt im Tippspiel 3 zu 1. Was uns sogar vor Hoffenheim heben würde. Aber wir machen mal die gesamte Tabelle hier durch. Borussia Dortmund 73 Punkte im Meister. Die Bayern mit 69 Punkten auf 2. Leipzig auf 3. Union auf 4. Freiburg auf 5. Leverkusen auf 6. Wolfsburg auf 7. Da kommt es dann drauf an, was Frankfurt auf Platz 8 macht. Weil wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, ist Wolfsburg doch nicht international vertreten. Dann haben wir Mainz auf 9. 10 Gladbach. 11 Köln. 12 Bremen. Uns tatsächlich noch auf 13. Also wirklich ein absurd hoher Tabellenplatz für die Saison. Hoffenheim auf 14. Augsburg auf 15. Schalke auf 16. Und da habe ich jetzt auch meine Lösung quasi für meine Idee vorhin. Also es würde reichen, wenn Schalke unschieden spielt und Bochum einfach nur 1-0 verliert. Das würde schon vom Torverhältnis her reichen. Dann wäre Schalke auf minus 34 und Bochum auf minus 36. Wie gesagt, dann Bochum punktgleich mit Schalke 32 Punkte auf 17. Und die Hertha ist ja schon abgestiegen. Holt auch keine weiteren Punkte mehr. Bei mir 26 Punkte. Und so wird diese Saison tatsächlich ausgehen. Wie gesagt, gerne eure Tipps in den Kommentaren da lassen. Bedankt fürs Zuschauen. Wie immer natürlich gerne kostenlos ein Like und kostenlos ein Abo da lassen. Ganz klare Geschichte. Ich freue mich sehr, sehr aufs Spiel morgen gegen Hoffenheim. Hoffentlich läuft das auch so, wie ich es hier getippt habe. Das wäre, glaube ich, ein ganz netter Spieltag. So für mich zumindest ein ganz netter Spieltag, wenn es so laufen würde. Bedankt fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.